Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück von Reiminator-Abkisten, zunächst Volkstar, die Rallye 213, ja mal ganz seltsam, wir sind einfach mal da zuhause, oder? Das ist doch völlig was Neues in mir. Morgen mit einem wunderschönen Sonniger Tag und unserer besonderen Prognose für die Region der Ferninseln. Morgen mit einem wunderschönen Sonniger Tag. Willkommen bei Bellwix Obratel, der einzigen Show, in der die Stimme der Geister direkt zu dir spricht. Geistert höchst unzufrieden. Ja, toll. Das ist aber nicht gerade nett von den Geistern. Sollt doch nicht so unzufrieden sein. Heute hat Evelyn Evelyn hat die Wurzeltage. Schauen wir mal, von ihrer wissen wir auch nicht so viel. Sie hat gerne Rübe, Hülpe. Haben wir noch Rübe oder Hülpe oder einen Schokokuchen? Wie ist denn mal wie Rübe aussieht? Die Knobli. Sieht nicht so nach Rübe aus da. Haben wir das auch noch Rübe oder so? Cometumansatz. Ja, mal werden weiter hin, ich will das schnell testen. Was, was heisst das? Moment mal. Was heisst das? Und ihr Stern, die drauf haben? Sternenfluchten da aus. Ich denke jetzt mal, das heisst. Das heisst wohl da aus. So. Hier ein Rezept aus meinem Kniper, das ist nur ein Rezept aus. Cool, danke für das. Zelebriere mich. Hold da. So tired, ich bin gerade wieder. So. Oh, da kommt noch mal ein Iridium-Ärztli hinten vorne. Das ist ja schön, einfach so ungeniert Iridium-Ärztli gespawnt werden. Die sind ready. Da können wir alles noch wachsen lassen, gut. Dann können wir das hier raufen. Bim, 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 bim. Da haben wir schon wieder zwei zusammen und 13 Iridium-Borren. Das ist ja super. Wo haben wir denn jetzt vorher? Ja, die sind wohl da drin. Ich gucke jetzt nicht mehr an überall von den Spitz. Da haben wir auch zwei. Mohn haben wir, aber... Cool. Hübe. Hübe, da. Es gibt nicht mehr. Ja, du. Wolltest du dich noch ein bisschen lassen? Ja, nein, nein, nein. So, ja, wenn wir genug so Scherbedingers haben, können wir auch das Werkzeug weiterentwickeln. Oh. Aubern natürlich. Und ich habe gesehen, das eine wäre einfach, dass unendlich Wasser in der Giessekanne drin hast. Oder, dass du mit Spitzhacken kein Ding mehr braucht. Eine Energie. Das wäre natürlich auch oben raus. Da habe ich aber noch... Was habe ich gesehen? Ja, nein. So, jetzt können wir definitiv alle jeweils oben tun. Das ist schon gut so. Nachher müssen wir noch das kleine Schweine schauen. Mein Rosa. Dann haben wir uns fast... Oh, oh. Ähm. Und dann aber... Unser Eilos sind gebläht. Samstag? Oh, morgen müssen wir noch... Morgen müssen wir noch... Wisst ihr, was wir morgen wollen? . Morgen machen wir uns auf der 100er Trip. In der Wüste. Oh, das ist aber gar nicht gut, wenn die kein Futter mehr haben. Wie die losleeren? Ich muss sie nachher schnell schauen, wie viel das möglich ist. Guten Morgen! Guten Morgen! Ihr habt noch ein bisschen, und ich seh die da cool. Wie sieht's da bei euch aus? Oh, du bist da verwechselt. Ja, ja, ja. Ja, das hätte ich sollen. Wenn ich das ein bisschen durchgerechnet hätte, wäre mir klar geworden, dass es fast nicht kann aufgehen. In einem Webstuhl brauchen wir auch noch einen. So. Ja, jetzt aber sofort zu Marni nachher. Galoppel, galoppel, galoppel. Mal schauen, wie viel das denn eigentlich in Platz haben. 480 können wir hier halten. Ja, das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Wenn uns da das ausgeht. Da haben wir noch etwas gesehen. Ich hoffe, jetzt kommen wir erst zu Hause. Ein Zug fährt durch Sternportal. Okay, Marni, wir kommen nachher. Ihr wisst ja, das kann immer irgendwie so tausende von Geoden oder so drin haben. Oder auch Diamanten und Zeugen und Sachen. Das müssen wir schon schnell schauen. Im Voll-Voll-Sprint. Vollgalopp geht unser Pferd ab. Soll das immer? Gibt uns etwas Gutes. Holz. Haltsamkohle, okay. So Palmengebühren sind ja, oder? Hier noch Stein. Okay, das waren ein bisschen so Grund. Grunddinger gewesen, ja. Das ist jetzt nicht so der Mega-Burner-Zug gewesen, aber man muss immer schauen, weil eben wenn man da so 8 Omnigeoden rausgefallen hat, ist es halt schon noch massiv, finde ich. Wollmiss. Fischis. Habigails. Hallo. Ich habe den letzten sehr vielen Tag drüben, oh du willst es mal übernommen, das ist ein Geräusch. Ich habe leider gar kein Amethyst dabei für dich, aber das ist Blumen. Wie, woher ausstattest du das? Oh, ich finde das sieht lecker aus. Das ist eine Blumen. Ich habe eigentlich nicht gedacht, dass du die wegsnackst, aber ja, okay. Guten Tag. Ja, dann müssen wir heute wirklich... Oh, Evelyn, du rutschst wirklich. Alle bester Zeitbucht da drüben. Rob. Lass dich einmal in die Burssage erinnern. Das freut mich. Danke. Ich bin mir schon seit 30 Jahren. Wir haben viele Leute gekommen im Dienst, ein Grossvater war einer davon. Und da bin ich ehrlich. Hier rein geht's ab. Sehr gut. Ich bleibe hier in sich am Vertue. Und da bin ich. So. Und dann. Dann. Und wir jetzt folgendes. Das und das. Und da. Kupfererzen. Jawohl. Wir gehen jetzt auf gestrecktem Weg zu der Marnie. Zwar so gestreckt, dass wir da noch schnell die Wurmis aufhauen. Nein. So. Dann hoffen wir, dass sie da ist. Ja. 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 Kommen wir durch. Dann. Ja. Das ist bitter. Ja. Das ist bitter. Apropopopo. Ja. 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 Und jetzt. Ja. Ja. Ich habe irgendeiner für die Runde Nacht um die Geurte aufhauen. Geurte aufbrechen. Zack. Auch noch, glaube ich, schon. Masalt. Natürlich kennen wir den. Den haben wir besucht. Oh, schön. Drei Ritim-Erz. Donner-Ei. Gold-Erz. Feuer-Geratz. Mist. Hm. Hey, wir kommen wieder, Clint. Das ist nicht weg, oder? So. Schauen wir mal. Sieht nicht so aus, als hätte es zu, was ... ... höchste eine der besten Einrichtungen, die die Steine gegründet hat. Sie werden mit den Steinen finanziert, die wir von eigentlich noch drin sind. Ja. Das finden sich alle mega cool. Ähm ... ... habe ich noch etwas für dich, so. Was ist das da? Das ist ziemlich nett von dir, danke. Ja, hey. Dann können wir dann also nichts. Dann nehmen wir ... ... jetzt noch ein Plätzchen frei. Schauen wir mal. Okay, dann geht's auf. Und nochmal ein Ritim-Erz. Die Ritim-Erz finde ich cool. Das ist schön. Das ist schön, 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 schön. Määm, Määm. Dann werden wir hier rasseln. In unserem Hölle-Tempo. Das blöde Salt. Gehen wir oben rum. Määm, Määm. Jo, 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 gehönt, jo. Die Jodie sagt mir, dass du wirklich ein Teil dieser Gemeindegebäude bist. Ich bin froh, dass du das hören. Was wissen wir eigentlich über dich? Was weisst du so gerne? Das ist gegen Käse. Geliebte Geschenke geröst der Haselnüssen. Straussfahn-Risotto. Ja. Aber mit beides geht es nicht rum, aber so ein... Käse? Ja, das ist ein wirklich grossartiges Geschenk. Danke. Cool. Uh, 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 uh. Ach, komm schon. Wir können dort nicht durchritten. Sag jetzt mal, dieses Russ ist zu muskulös. Weisst du, wie man einen Boomtopf zubereitet? Das kriegt's hier. Ja. Ähm, nein. Weiss ich nicht. Was ich glaub, oder wissen wir das schon? Altertümliche Trommel. Wieso rüsst der Gunther einfach nicht mehr über diese Sachen erzählen, oder? Ich meine, da fragen wir ihn ganz nett. Aber jetzt auch noch. Aber unser Inventar ist doch wirklich randvoll. Ui. So, ähm. Tschüss. Tschüss, tschüss. Tschüss, 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 tschüss. Und noch ein bisschen. Was haben wir da noch? Haben wir die Basalt? Haben wir jetzt schon zwei. Uuuuh. Basalt, Basalt. Super Basalt. Und da. Sternenfrucht. Cool. Da auch noch wo ich sammle. Cool. Da auch noch wo ich sammle. Versorge. 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 Da haben wir jetzt nicht viel Lob, gell. Dann. Dann. Gehen wir. Ach. Haben wir ja auch gemerkt, was wir geknäfft hat? Haben Sie gemerkt? Haben wir solche Zeug hier, dass... Wir benötigen. Aber der Käse. Ah, ich tippe. Der Käse ist doch noch... Hm. Das da hat mich gemerkt. Den Käse können wir doch noch... Verkaufen. Ich... Also nicht verkaufen, aber alteren. Ja, ich tschuldigung. Ah, ich habe vergessen. Aber dann viele sind wie Schuppen aus den Haaren, sozusagen. Jetzt schauen wir mal noch. Rigetto. Da bist du auch wirklich... Einmal hier da. Eventuell brauchen wir das morgen. So. Dann können wir das wieder retten. Nein, da. Zack. Zack. Und dann haben wir da noch 1, 2, 3, 4. 4 von denen. 4 von denen. Und da tun wir 3. Hm 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 hm. Ähm. Was nehmen wir dort hin? Was ist denn da hin? Was ist denn da hin? Oh, was ist denn da hin? und dann unbedingt hier noch auffüllen. 480 von 480, so sieht es aus. Da ist auch der Tagdauer natürlich nichts mehr gewachsen. So, jetzt meine Lieben, müssen wir in die Vorbereitung. Was meine ich mit Vorbereitung? Wenn mich nicht alles täuscht, dann gibt es am Sonntag. Wie die hier? 100 Treppen. So, was brauchen wir alles in der Wüste? Wir brauchen den Geschichten. Irgendwo haben wir da genug. Die Berge. Das brauchen wir. Warte mal genug. Bam, geht es raus. Den haben wir mit. Paprikapuffer. Es gibt bloß ein Tempel. Was haben wir eigentlich da? Das Ginger Ale. Könnten wir machen. Jetzt haben wir irgendwo hier, wo wir im Ding haben. Plus 1 Glück. Äh. Ja, fix. Dann haben wir gleich 2. Dann haben wir doch noch. Plus 1 Glück. Ringe. Okay. Plus diese Monster. Krass geile Säbel. Dann, was wir nicht brauchen, ist Zinsen. Aber da haben wir halt langsam 8 Megafilter-Zeugs. Ähm. Das Energie-Tunico. 290 auf 5215. 500. Wir haben ja gar noch nicht so viel Energie. Das könnte man gar nicht brauchen. Ähm. Pistallschuhe. Sicher auch nicht so schlecht. Dann würde ich sagen. Aber da liegt ein bisschen. Da gibt es auch noch ein paar. Aber da so. So die Schwertchen-Arten. Können wir eigentlich alle verkaufen. Einen von denen können wir auch abgeben. Ich meine so die Stiefel da. Seien wir mal ehrlich. Das ist ähnlich. Hm. Unkles Schwert. Ich weiß nicht. Dieses Schwert muss nicht. Weil ich behalte irgendwie noch eins. Aber. Kleiner Leuchtring. Ich bekomme. Ich bekomme ihn mal. Ein kostiges Schwert. So. Jetzt gehen wir mal das verkaufen. Da haben wir noch mehr Platz verloren. Oh, die Kaffee sind fertig. So, so, so. Dann können wir wirklich... ...den Rumpel abmachen. Jetzt muss ich ein bisschen aufpassen. Irgendwie der Herstellungsdienst. Ja, na na, schon gut. Laden. So, prostiges Schwert. Dunkle Stiefel. Kleiner Leuchttrink. Dunkles Schwert. Lederschuhle. Yeti Zahn. Stahl. Yeti Zahn. Etes Korbschwert. Noch ein Schwert. Initätsband. 213. Dunkles Schwert. Chinschuhle. Gibt ja eigentlich nicht so viel da. Leperkan. Und so denkst du, was da... ...Galaxie haben wir für 75.000. Galaxieschwert. Weltallstiefel. Kauft er für 2.500. Weisst du, ob wir ihn für ungefähr 250 verkaufen. Ähm... N-n-n-n-n. Weisst du nicht, was das noch hätte sein? Natürlich weiss man das. Es ist eigentlich immer das Gleiche. Ähm... Wir müssen jetzt in die Vorbereitung gehen. Aber wir müssen jetzt in die Vorbereitung gehen. In die Vorbereitung. Nicht wahr. Ja. Kannst du jetzt? Jetzt ist nicht durchweicht die Zeit nicht weiss was. Einfach, wie man es könnte. So, done. Ähm, 3, das gibt 3, noch mal noch, 2, so. Ähm, morgen gilt die volle Aufmerksamkeit. Und noch leer ist, habe ich vergessen. So. Also, jetzt dann. Genau, das brauchen wir nämlich nicht. Ähm, jetzt was wir aber brauchen, ist, das brauchen wir, das brauchen wir. Axt brauchen wir eigentlich nicht. Hat er jetzt gesagt? Axt brauchen wir nicht, das brauchen wir auch nicht. Dann die 100 Yarden, die brauchen wir. Wir brauchen die Wüste, das brauchen wir gleich am Morgen. Schneesweisskartoffeln, das brauchen wir. Zügerpuffen brauchen wir nicht unbedingt. Ginger Ale haben wir hinein. Und Kaffees haben wir hinein. Crab Cakes, Wurzelplatten plus 3 Angriffe. Das brauchen wir auch nicht. Die nehmen wir mit. Die brauchen wir auch nicht. Die lombolische Wasserkraft. Tötötötötötötötön. Tötötötötötötötötötön. Tötötötötön. Ach, ich lebe mich immer ini. Das mal hier, das mal hier. Was wir jetzt aber noch machen können, ist ein paar von denen. Sagen wir mal zwölf von denen. Dann kommen wir eigentlich mit dem. Dann zurück. Ja genau so werden wir das machen. Oh, da hat es. Okay. Ausser durch weichten Zeitung hat es nur ein Stück Stoff gegeben. Was soll ich da überhaupt hier werfen? Ja, okay. Okay, okay. Dann nehmen wir jetzt noch mal eine tiefe Mütze voll Schlaf. Morgen ist ja gleich schön sonnig. Und wie sieht es denn da aus? Wir haben ja nie mehr Geburtstag morgen. Jetzt hoffe ich einfach, dass wir morgen mega Schweine haben. Weil mein Ziel von morgen ist folgendes. Ich möchte eigentlich so schnell wie möglich so tief runter wie möglich gehen. Also wirklich aufstehen, überbeamen und so schnell wie möglich den Level 100 probieren zu erreichen. Mit diesen Treppen. Und dann, wenn wir ja nachher so tief unten sind. Das braucht zwar sicher Zeit, ja. Aber vielleicht haben wir dort noch ein bisschen Zeit. Und so tief unten wird ja wahrscheinlich das Iridium vorkommen. Hätte ich jetzt gesagt. Wahrscheinlich nicht so schlecht sein. Aber wir werden uns überraschen lassen. Hey, ich bedanke mich ganz herzlich bei euch. Fast bis ich bei dieser Folge wäre cool. Und wenn ihr in der nächsten Folge dabei wäre. Bis dahin. Bleiben, sauber. Mach keine Scheisse und tschaut.